wir werden angegriffen gut das heißt wir sollten anfangen hier auch mal dicht zu machen auf der stelle was soll ich tun dorthin und ich weiß nicht mehr ob ich jägerin brauche oder ob ich mir lieber auf der stelle paar zwerge wildschweine züchten lassen zusätzlich zu den bären was soll ich schwestern vorwärts schwestern so meine wachtruppen runenkrieger zu mir ich höre seid auf der hut ja eine kleine armee hilft wirklich wunder so und 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 das reißen wir mal ein und versetzen es an der bessere stelle die rune ruft zum ruhme ahrens denke ich mal das können wir nämlich hier oben neu aufbauen und so teuer ist der förster jetzt nicht dass ich mir das nicht leisten kann auf der stelle das ist nämlich besser als hier unten es ist mir eine ehre das bauwerk ist vollendet und 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 Das Bauwerk ist vollendet. Ja? Auf der Stelle. Okay, die Minotaurin haben so gut wie keine Chance mehr. Feuer in der Stadt! Das Bauwerk ist vollendet. Vorsicht, Gegner! Ja? So. Meine heilige Pflicht. Jetzt noch zwei Eiswerfer und dann sollte ich hier genug Defense sein. Fürs Erste. Ja? Sofort. Wie ihr wünscht. Also ja, man merkt mit deinem Volk, das Verteidigung hat, läuft es um einiges leichter. Sofort. 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 Das Bauwerk ist vollendet. Jetzt warten wir noch, bis der Frostbringer fertig ist. Dann kommt das große Haupthaus. Das Bauwerk ist vollendet. Ich eile. So, großes Haupthaus als nächstes. So, hier mittig von mir aus. Ich denke, darauf kann man sich verlassen, dass da nicht mehr so leicht Gegner durchkommen werden. Das heißt, als nächstes können wir dann das Zwergenmonument einnehmen. Wir holen uns ein paar Zwergenarbeiter, holen wir Eisen, wir produzieren Stein. Und Nahrung. Dann halt da unten auch das Flussufer-Defense. Also hier am Fluss. Die Fans errichten. Aus Türmen. Bereit. Ich höre. Also ihr seid das zweite Nachwärts-Team. Folgt mir. Da muss ich mir ja fast keine Sorgen machen, dass da was durchkommt. Also an einzelnen Minutauern. Die werden ja eingefroren, bevor sie überhaupt ankommen können. Wenn wir ja da haben, dann können sie doch hier hochrennen und die Bäume alle fällen, wenn sie das unbedingt wollen. So, Benno hier hier rüber. Also so ein Avatar. Das Ding einnehmen. Was steht an? Frisch ans Werk. Besten nochmal gleich fünf Zwerge. Da kommt schon der nächste Minutaurus. Wir haben irgendwie niedliche kleine Hämmerchen. Das war wieder zu stark ausgesucht. Also. Dann. Weg mit dir. Ja, sofort. So. Erstmal noch ein... Elenhain. Dann haben wir auch zwei von denen. Risch. So, hier ist genug Platz für neue Bärensammler. Und ein Nahrungslager. Und ein Nahrungslager. Was wollt ihr, Herr Wal... Nicht half zur Ehre. Steinbruch. So, die restlichen fünf. Können wir jetzt mal... Können wir jetzt mal... Ein riesiges Eisenlager errichten. Auf der Stelle. Was wollt ihr? Wobei ich mich grad fragt. Kinderspiel. Und los. Was wollt ihr? Kleinigkeit. Ich höre. Wollen wir nochmal fünf Zwerge? Ihr wünscht? Errichten gleich mal ein kleines Haupthaus hier in der Basis. Nicht half zur Ehre. Wir holen uns doch ein sechsten Zwerg, dass wir auch gleich... Was steht dran unterwegs? Steinbruch, die wir danach bauen können. Das wird ein Meisterwerk. Ich höre... Eine meiner leichtesten Übungen. Ich höre... Das Gebäude ist fertig. Steinmetz, meint ich natürlich. Das wird ein Meisterwerk. Meine heilige Pflicht. So, wir sind Sammler. Das Gebäude ist fertig. Kleinigkeit. Wird gemacht. Was wollt ihr? Jawoll. Was steht unterwegs? Was steht unterwegs? Dann gucken wir mal, ob Zwerge... Jawoll. Und los. Und los. Kleinigkeit. Das aufbauen können. Ein Zwerg brauche ich noch. Okay, können sie nicht. Gut. Schon unterwegs. Das heißt... Biene hierher. Schmelze. Eine meiner leichtesten Übungen. Was? Okay, die Minotaurin werden langsam etwas aggressiver, aber sie kommen noch nicht in Wellen. Spuckt in die Hände, Männer! Spuckt in die Hände, Männer! So. Tja, hier drüben gibt es eigentlich auch noch Eisen. Vielen Dank.